Hallo und herzlich willkommen im Light Novel Dungeon. Mein Name ist Dave und heute habe ich für euch die Review zum ersten Band von There's No Way A Side Character Like Me Could Be Popular, right? Geschrieben von Sekaiichi mit Illustration von Tomari. Eine klassische romantische Komödie, wie sie im Buche steht. Edgy Harem Trash oder doch eine bewegende Story? Findet es heraus in dieser Review zur ersten Veröffentlichung von Tentai Books. Mein Name ist Tomoki Yuki, Oberschüler im zweiten Jahr. Ich würde sagen, ich bin ein ziemlich normaler Schüler, abgesehen davon, dass alle mich meiden wie die Pest, weil ich scheinbar aussehe wie ein Massenmörder. Die einzige Ausnahme? Haruma, mein einziger Freund. Mein schulisches Leben lief so vor sich hin wie üblich, bis eines Tages Harumas superbeliebte kleine Schwester am ihr plötzlich ihre Liebe gesteht. Und ob ihr es glaubt oder nicht, nachdem ich mit ihr zusammenkomme, kommt mir auch plötzlich Harumas süße Kindheitsfreundin und meine superheiße Lehrerin näher. Moment, ist das nicht ein Rom-Com-Szenario, wie es nur in Träumen vorkommen kann? Ich meine, keine Chance, dass eine Nebenfigur wie ich so beliebt sein könnte, oder? Meine Meinung. So, und jetzt löscht ihr bitte diese inoffizielle Übersetzung der offiziellen Beschreibung komplett aus eurem Gedächtnis und hört mir zu. Was klingt wie eine weitere generische Rom-Com-Light-Novel à la Hensky oder Oreski, sollte eher gleichgesetzt werden mit Titeln wie, beispielsweise Bottom-Tier-Character Tomozaki. Was hier, glaube ich, passiert ist und warum die Beschreibung meiner Meinung nach den Inhalt nicht gut reflektiert, ist, dass diese Novel ursprünglich als Web-Novel erschien und der Autor Secaichi sich womöglich zunächst nicht sicher war, welchen Ton die Geschichte anschlagen sollte. Web-Novels werden ja Kapitel für Kapitel online veröffentlicht und nicht durch einen Editor bearbeitet, weshalb es sein kann, dass der Ton zu Beginn ein etwas anderer ist. Das merkt man vor allem an den ersten Kapiteln, denn die Novel hatte für mich ein paar Startschwierigkeiten. Bis es zum tatsächlichen Liebesgeständnis kommt, dümpelt die Geschichte ein wenig vor sich hin und der Erzählton ist noch ein klein wenig charakterlos. Ich vermute, die obige Inhaltsbeschreibung ist eine, die noch vor dem Veröffentlichen der Geschichte entstanden ist, weshalb sie viel mehr nach abgehobener Rom-Com klingt, als es das Buch eigentlich ist. Die oben erwähnte Kindheitsfreundin und Lehrerin spielen im Übrigen nur nebenbei eine Rolle. Und dann wäre da noch die Tatsache, dass die Beschreibung uns verschweigt, dass diese Novel einen meiner absoluten Lieblings-Tropes, nämlich Fake Dating bearbeitet. Denn Toka, die besagte kleine Schwester, hat in ihrer ersten Schulwoche so viele Liebesgeständnisse erhalten, dass sie sich entschließt, mit Yuji eine Beziehung vorzutäuschen, um die ganzen Kerle abzuwimmeln. Yuji ist zwar von Anfang an klar, dass das nicht der eigentliche Grund für diese Farce sein kann, aber da das eines der wenigen Male ist, in denen sich jemand auf ihn verlässt, willigt er ein. Und das war eigentlich auch schon das größte inhaltliche Problem, das ich mit diesem Buch hatte. Es ist nach diesen ersten Kapiteln durchweg unterhaltsam, was nicht zuletzt unseren wundervoll geschriebenen Hauptfiguren zu verdanken ist. Yuji's Grundkonzept, dass er so gruselig aussieht, dass alle ihn meiden, was wohlgemerkt lediglich an einer Narbe unter dem Auge liegt, er findet das Rad natürlich nicht neu. Toradoras Takasu Ryuji lässt an dieser Stelle grüßen. Was der Autor hier allerdings richtig macht, ist aus ihm kein unbeschriebenes Blatt von Escapist Fantasy zu machen. Dadurch, dass Yuji so isoliert von anderen war, hat er gewissermaßen die Fähigkeit erworben, andere Leute bis zu einem gewissen Grad zu durchschauen. So ist ihm auch von vornherein klar, dass Toka nicht ernsthaft vorhat, mit ihm auszugehen. Allerdings wird zumindest dem Leser klar, dass seine Fähigkeit nicht unfehlbar ist, was etwa Kana, die bereits erwähnte Kindheitsfreundin, angeht. Auf der anderen Seite hat seine Isolation auch dazu geführt, dass Yuji manchmal etwas Probleme hat zu erkennen, was unter seinen Mitmenschen als angebracht gilt, was zu der ein oder anderen witzigen Situation führt. Vor allem hat er keine Probleme zu sagen, was er denkt, und das resultiert meist darin, dass die angesprochene Person ziemlich geschmeichelt ist. Tatsächlich verhält es sich hier so, dass die Gerüchte, er sei doch ein Gangster, nicht ganz ohne sind. Denn wie Yuji mehr als einmal beweist, weiß er, wie man einen Haken schlägt. Anders gesagt, Yuji hat definitiv eine Hintergrundgeschichte und ich bin gespannt, was es damit auf sich hat. Auf der anderen Seite hätten wir Toka, die mit Yuji ein unfassbar dynamisches Duo bildet. Auch wenn ihre Interaktionen zunächst sehr oberflächlich sind, durch Yuji's Eigenschaft, andere Leute zu durchschauen und ihnen zu sagen, was er denkt, wird Toka schnell offener und lernt auch Yuji zu verstehen. Auch wenn die beiden ihre Beziehung nur vortäuschen, haben die beiden dauerhaft diese Momente, in denen sie füreinander einstehen und dem jeweils anderen helfen, besser über sich zu denken. Und ehe man es sich versieht, schippt man die beiden auch ehrlich miteinander, da sie einfach eine gesunde Beziehung zueinander aufbauen, die auf gegenseitigem Respekt basiert. Toka kommt zunächst rüber wie eine einfache Zundere. Sie ist temperamentvoll, manchmal ein wenig arrogant und überheblich, aber sie scheint sich dessen selbstbewusst zu sein und merkt auch schnell, wenn sie etwas über die Stränge schlägt. Und ich bin so froh, dass der Autor sich hier gegen klare Charakterarchetypen entschieden hat. Durch dieses Vertrauen, das die beiden aufbauen, kommt irgendwann der tatsächliche Grund raus, warum Toka diese Fake-Dating-Farce gestartet hat, wo sich mal wieder zeigt, dass Tomokis Fähigkeit, Leute zu durchschauen, nicht unfehlbar ist. Ich fand es war außerdem schön, dass diese Enthüllung nicht bis zum Ende des Buches hat auf sich warten lassen, denn er trägt ungemein zu einem Handlungsstrang außerhalb der Romanze bei und führt Toka einen ihrer Charaktermängel vor Augen und stößt sie in die richtige Richtung, um sich zu verändern. Bei besagtem Handlungsstrang handelt es sich um die Diskriminierung, die Yuji im Schulalltag erfährt, welche in Richtungen gegangen ist, die ich nicht ganz vermutet hätte. Yuji ist diese Art der Diskriminierung schon so sehr gewohnt, dass er dagegen nichts mehr tun will und so wie ich das sehe, sie sogar unterbewusst noch verschlimmert, indem er sich zu einem gewissen Grad den Erwartungen seiner Mitschüler anpasst. Natürlich hat der Autor es sich nicht nehmen lassen, für den ein oder anderen Lacher zu sorgen, indem Yuji beispielsweise die Menschenmenge vor der Cafeteria durch seine bloße Präsenz spaltet wie Moses das Rote Meer. Doch als Yuji es irgendwann schafft aus eigener Kraft eine Freundschaft zu knüpfen, kamen mir beinahe die Tränen, als er sich ein Grinsen verkneift. Einerseits, weil es mich glücklich gemacht hat zu sehen, wie glücklich er ist, andererseits, weil ich es schade fand, dass er das Gefühl hat, nicht offen seine Emotionen zeigen zu können. Ich bin gespannt, wie es von hier aus weitergeht, denn während der erste Band ein recht zufriedenstellendes Ende hat, werden zahlreiche Handlungsstränge offen gelassen. Unter anderem wurde eine Hintergrundgeschichte für Yuji angeteasert, und während wir zwar erfahren, warum Toka diese Fake-Dating-Sache gestartet hat, wird an dem Problem, das dazu geführt hat, nichts geändert. Ich bin außerdem etwas besorgt, wie die Struktur der Reihe den Plotverlauf beeinflusst, denn wenn man den Covern der späteren Bände glauben darf, scheint es sich hierbei um eine Ein-Mädchen-Pro-Buch-Reihe zu handeln, wo der Fokus jeden Band auf eine andere weibliche Figur wechselt. Eine absolut positive Überraschung waren außerdem die sechs kurzen Extra-Stories im Anhang, die exklusiv für die Taschenbuchausgabe sind. Ich bin normalerweise kein Fan von solchen Bonus-Stories, denen nichts zum Plot hinzufügen und tendiere in der Regel dazu, diese zu überspringen. Wie froh bin ich, das hier nicht getan zu haben. Hinter den Extra-Stories steht nichts Überragendes. Es sind eigentlich nur kurze Szenen, in denen Yuji mit anderen männlichen Charakteren in Situationen kommt, die für Außenstehende alles andere als heterosexuell aussehen. Dabei wird immer klargestellt, dass keiner der Charaktere ein Problem damit hätte, wenn einer der Jungs tatsächlich schwul wäre, was eine furchtbar nette Abwechslung ist. Der Light Novels leider oftmals ein kleines Homophobie-Problem haben. Interessanterweise scheinen die Szenarien, die Haruma involvieren, geradezu von diesen provoziert zu werden. Angesichts der Tatsache, dass dieser von allen beliebte und gut aussehende Schüler irritierenderweise keine Freundin und auch sonst kein sonderliches Interesse an Frauen zu haben scheint, habe ich da eventuell die eine oder andere Theorie. Immerhin ist das einzige, was wir von Haruma in der Hauptgeschichte gesehen, dass er versucht, Yuji's Ansehen bei seinen Mitschülern zu bessern, indem er ihn etwa bittet, beim Schülerrat auszuhelfen oder ihn in Situationen bringt, in denen er vor anderen gut dasteht. Denn wie bereits erwähnt, hat Yuji selbst keinen wirklichen Trieb, sein Ansehen aus eigener Kraft zu verbessern. Gestaltung Es handelt sich hierbei um die erste physische Veröffentlichung von Tentai Books und ich bin leider davon kein großer Fan gewesen. Das Buch kommt im Großformat daher, umfasst 200 Seiten und hat nach japanischem Vorbild einen Umschlag. Ich persönlich bin Fan von dieser Eigenheit, die sich im Westen nie wirklich durchgesetzt hat, obwohl es ein paar Ausnahmeländer wie Polen oder Spanien gibt. Hier war ich vom Ergebnis jedoch eher mäßig begeistert. Das Design des Umschlags ist ziemlich langweilig. In den Klappen, wo üblicherweise eine kurze Autorenbiografie zu finden ist, steht nur gehende Leere. Bei Band 2 wird das allerdings zum Glück anders sein. Außerdem erschloss sich mir der Sinn eines Umschlags nicht, wenn der tatsächliche Einband des Buches exakt gleich aussieht, jedoch erfuhr ich später, dass es von japanischer Seite einfach kein Material gab, mit dem man den Einband sonst hätte bedrucken können. Das hat den faszinierenden Nebeneffekt, dass man das Cover dieses Buches gleich dreimal zu sehen bekommt. Auf dem Umschlag, dem Einband und auf der ersten Seite des Buches. Und wenn wir schon beim Innenleben sind, meckere ich da gleich weiter. Die Farbillustrationen sind leider schlecht beschnitten. Sie sind teils abgeschnitten. Das Inhaltsverzeichnis ist zu guten Teilen fehlerhaft, was die Seitenzahlen angeht. Die Formatierung des Buches ist inkonsistent. Manchmal blieb eine Seite leer, damit das folgende Kapitel auf der rechten Seite anfängt, aber manchmal fingen die Kapitel dann doch auf der linken Seite an. Und manchmal wurden die kleinen Stern-Symbole zwischen Absätzen nicht richtig formatiert und durch durchgestrichene Boxen ersetzt. Positiv hervorheben kann ich jedoch die Übersetzung, denn wenn man einen Satz als We live in a society, bro, übersetzen kann, dann sollte man das auf jeden Fall tun. Fazit. Während die physische Ausgabe meiner Meinung nach ein kleiner Griff ins Klo ist, machen die Extra-Stories und natürlich die Hauptgeschichte das absolut wieder wett. Lasst euch nicht von der generischen Beschreibung irritieren und greift bei dieser Slice-of-Life-Geschichte zu. Für gut geschriebene Charaktere einen wundervoll ausgeführten Fake-Dating-Show und einfach eine unterhaltsame Zeit. Das Buch kostet 13,99€ und ist erhältlich im Shop von Tentai Books mit 4,99€ Versand. Haltet am besten nach einer versandfreien Aktion dafür Ausschau. Natürlich gibt es auch ein E-Book zum Preis von 8,99€. Das E-Book ist außerdem sogar auf Spanisch verfügbar.